In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr einen Hotspot einrichten könnt, einen Internet-Hotspot, sodass ihr über das Handy ins Internet gehen könnt. Das könnt ihr dann beispielsweise mit dem Raspberry Pi machen. Das könnt ihr aber auch mit einem anderen Computer, der sich in ein WLAN einwählen kann, versuchen. Und zwar, diese Anleitung geht auch wieder für ein Android-Handy. Und zwar geht ihr hier auf Einstellungen, gebt oben bei der Suche, weil es einfacher ist, gebt ihr hier Hotspot ein. Verschrieben, ups. Dann geht man hier auf Hotspot konfigurieren. Hier sieht man, welche Möglichkeiten es gibt, den Hotspot zu konfigurieren. Da gehe ich drauf. Hier wird der Hotspot-Name angezeigt. Der Hotspot heißt jetzt in dem Fall also Honor 10 Lite. Es ist eine Verschlüsselung da. Es ist ein Passwort da. Das Passwort kann man sich anzeigen lassen, kann man aber auch ändern. Hier ist in dem Fall das das Passwort. Wird aber auf jeden Fall noch geändert, natürlich wieder, nach Ende des Videos. Und den Hotspot schalte ich ein, indem ich hier oben auf diesen Button klicke. Dann wird der blau. Und fertig ist der Hotspot, in den man sich einwählen kann. Und dann, bevor ich ein paarяться, natürlich wieder Macha. Dann hört man sich an. tow-Name ange Charge-Name angeoco, dann wird der Hotspotklik, dann wird der Hotspotklik, dann wird der400-Name beteiligt, dann wird er mehr oben auf qe. dann hat er über Germans個人 fest ako-Name. Dann wird dann ja,